Er ist der Vater der Diabetes-Kids, der größten Plattform für Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes. Im Jahr 2000 gründet Michael Bertsch die Diabetes-Kids. Als betroffener Vater möchte er den Austausch unter Diabetes-Familien ermöglichen. Denn nichts wird ihm klar, ist so hilfreich wie Tipps und Hilfe von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst. Mehrere tausend Mitglieder tauschen sich mittlerweile auf Diabetes-Kids aus. Im passwortgeschützten Forum und in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Diabetes-Kids vermittelt Paten, Experten und kostenlose Starterpakete für Neudiagnostizierte. Evaluiert diabetologische Kinderkrankenhäuser und hilft bei der Suche nach einer Selbsthilfegruppe. Mit seiner Frau Susanne organisiert Michael Bertsch Ferienfreizeiten für Diabetes-Familien. Mehr als 4000 Personen haben in den vergangenen 17 Jahren an diesem privat- und ehrenamtlich organisierten Familien- und Jugendreisen teilgenommen. Unter dem Motto, einer für alle und alle für einen, sorgt Michael Bertsch dafür, dass Diabetes-Familien Teil einer größeren Familie sind. Einer Familie, in der sie Orientierung, Unterstützung und ein persönliches Netzwerk finden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020